Ein Synchronsprecher oder VoiceOver ist eine Person, die VoiceOver-Arbeit professionell ausführt. Ein Synchronsprecher oder VoiceOver kann verschiedene Aktivitäten ausführen, zum Beispiel Spielfilme und Fernsehserien oder Werbespots synchronisieren oder Kartons aufnehmen. Texte richtig aufzunehmen oder zu synchronisieren ist nicht einfach und erfordert viel Erfahrung und Wissen. Die Wahl der richtigen Tonhöhe und Lautstärke der Stimme ist normalerweise etwas, das nur durch viel Üben gelernt werden kann. Außerdem ist es nicht einfach, die Stimme synchron mit dem Bild laufen zu lassen. Ein anderer Name für einen Synchronsprecher oder ein VoiceOver kann auch ein Schauspieler außerhalb des Bildschirms sein. In einigen Fällen kann ein Synchronsprecher auch als VoiceOver arbeiten. In diesem Fall ist ein Synchronsprecher für die Aufnahme von Texten als Ergänzung zu einer Sendung verantwortlich. Dies ist oft der Fall, wenn wir von Bildern sprechen, die einer zusätzlichen Erklärung bedürfen, wie ZB ein Naturfilm oder andere Arten von Bildungsprogrammen. Es ist also nicht so, dass Synchronsprecher allein für die Synchronisation von Spielfilmen, Fernsehserien, Kartons und Werbespots verantwortlich sind. Innerhalb bestimmter Programme ist es möglich, Synchronsprecher auszuwählen, da dies keine Moderatoren erfordert. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Produzenten beim Budget sparen möchten. Die Verwendung von Synchronsprechern ist in der Regel billiger als die Verwendung von Moderatoren. Der Beruf des Synchronsprechers kann als besonderer Beruf angesehen werden, da die meisten Menschen Synchronsprecher nicht kennen, obwohl gute Synchronsprecher beliebt sein können. Das ist oft der Fall, denn ein Synchronsprecher hat eine angenehme Erzählstimme. Als Synchronsprecher kann man sich mittlerweile auch mit Computerspielen auseinandersetzen, die in vielen Fällen auch synchronisiert werden müssen.